Hallo Leute, wie ihr seht sieht es gerade ein bisschen anders aus und hinter mir ist übelstes Chaos. Das wird auch nur ein ganz kurzes Infovideo, weil ich euch sagen wollte, dass heute und nächsten Sonntag kein Video online kommen wird. Also heute kommt natürlich dieses Video online, aber es ist jetzt nicht wirklich ein cooles, specialmäßiges Video oder so, sondern nur kurz ein Infovideo. Und zwar kommt kein Video online heute und nächsten Sonntag, weil ich Klausuren schreibe und irgendwie das nicht gut genug vorgearbeitet habe, dass ich jetzt andere Videos hochladen kann. Und ich habe so einen Stress. Es sind 13 oder 14 Klausuren, die ich innerhalb von eineinhalb Wochen schreibe und bei mir geht es gleich am Montag los mit drei Klausuren, am Mittwoch dann auch wieder drei Klausuren. Am Dienstag zwischendrin ist auch noch Klausur und so und ich schreibe jeden Tag mindestens eine Klausur und das wird einfach zu viel. Ich schaffe es in der Zeit leider nicht Videos zu machen, aber danach kommen auf jeden Fall wieder sehr coole Videos und es kommt auch bald wieder ein Umstyling online. Das werde ich nach den Klausuren drehen deswegen. Und ja, ich wollte euch nur kurz die Info geben und hoffe, dass ihr nicht zu traurig seid. Und wenn ihr vielleicht Ideen habt für weitere Videos, dann könnt ihr mir die gerne hier unten in die Kommentare schreiben und ihr könnt mir auch gerne noch Fragen für ein Q&A unten reinschreiben, wenn ihr Bock habt, weil sonst frage ich immer nur die Leute auf Snapchat und Instagram und so und ich finde, eigentlich ist meine Plattform ja YouTube und dann solltet ihr mir auf jeden Fall auch Fragen stellen können, wenn ihr vielleicht die anderen sozialen Netzwerke nicht habt. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Video. Ich verabschiede mich hiermit für die nächsten ein, zwei Wochen und wir sehen uns dann bald wieder mit coolen und hoffentlich qualitativ hochwertigen Videos, weil ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe als jetzt in der Uni-Phase und ja, ist gerade etwas stressig. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und gebt mir nicht gleich ein D-Abo oder ein Dislike. Ja, ich kann es jetzt gerade leider nicht ändern. Ich wollte euch wenigstens mal Bescheid sagen, nicht, dass einfach nur gar nichts kommt. Das finde ich blöd. Von dem her, ich laber schon wieder viel zu viel. Bis dann, tschüss!